Das Kürassier-Regiment von Seidlitz Nummer 7 war ein Kavalerieverband der preußischen Armee. Benannt war es nach Friedrich Wilhelm von Seidlitz, General der Kavalerie unter König Friedrich II. von Preußen. Verbandszugehörigkeit 1914 IV. Armeekorps in Magdeburg kommandierender General, General der Infanterie Friedrich Sixt von Armin. 8. Division in Halle an der Saale, Kommandeur Generalleutnant Georg Karl August Hildebrand 8. Kavaleriebrigade in Halle an der Saale, Kommandeur Generalmajor Georg Tam von Neuburg Regimentskommandeur, Oberstleutnant Heidemann Garnison, Quedlinburg Stiftungstat des Regiments 7. März 1815 Geschichte Mit allerhöchster Kabinettsorder vom 7. März 1815 wurde die Errichtung eines Kürassier-Regiments befohlen. Dazu mussten abgeben, das ostpreußische Kürassier-Regiment die 1. Eskadron, das schlesische Kürassier-Regiment die 2. Eskadron, das brandenburgische Kürassier-Regiment die 3. Eskadron. In der Folgezeit wurde es durch Personalvermehrung auf seinen etatmäßigen Sollbestand aufgestockt. Das neue Regiment erhielt die Bezeichnung Kürassier-Regiment Nummer 4 und wurde zunächst in Landsberg an der Warte und Driesen stationiert. Ab dem 17. September 1817 wurde dem Regiment Halberstadt unter 1. und 4. Eskadron Quedlinburg als Garnison zugewiesen. Erster Kommandeur war Major von Cochember. Durch mehrfache Umbenennung erhielt das Regiment im Laufe der Zeit die folgenden Namen. Am 27. Mai 1819 7. Kürassier-Regiment Am 10. März 1823 7. Kürassier-Regiment Am 4. Juli 1860 mag der Kürassier-Regiment Nummer Am 27. Januar 1889 Kürassier-Regiment von Seidlitz Nummer Im Krieg gegen das napoleonische Frankreich 1815 nahm das Regiment zwar teil, war aber in keine größeren Aktivitäten verwickelt. Anlässlich der Niederschlagung der Bürgerunruhen kam das Regiment in Aschersleben zum Einsatz. Während des Krieges gegen Österreich rückte das Regiment 1866 in Böhmen ein und beteiligte sich an der Schlacht bei König Gretz. Am 16. August 1870 ritt das Regiment während des Deutsch-Französischen Krieges zusammen mit dem Ulanen-Regiment Nummer 16 und dem Oldenburger Dragoner-Regiment Nummer 19. Die Attacke in der Schlacht von Maslathur und hatte hohe Verluste von 72 Gefallenen und 98 Verwundeten zu verzeichnen. Der Standardenträger bei dieser Attacke war der Wachtmeister Wilhelm Ramsdorf. Er wurde 1895 auf dem Quedlinburger Siegesdenkmal als lebensgroße Reiterskulptur porträtiert. Es war das erste Mal, dass ein einfacher Soldat als Reiterskulptur dargestellt worden ist. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs nahm das Regiment nach dem Ausmarsch an Grenzgefechten im neuralen Belgien teil. Anschließend kämpfte es in der Manischlacht und trat den Rückzug hinter die Eisene an. Ab Herbst 1914 verlegte es an die Ostfront mit Kämpfen in Russisch-Bolen, Kuhland, Litauen und Rumänien bis Anfang 1917. Anfang 1917 Verlegung in den Westen und Abgabe der Pferde. Das Regiment verlor seinen Kavallerie-Status und wurde zum Kavallerie-Schützen-Regiment umgewandelt. Stellungskämpfe in Belgien und Lothringen bis April 1918. Danach Stellungskämpfe in Flandern und in der Siegfriedstellung. Nach Kriegsende traf das Regiment am 19. Dezember 1918 in Halberstadt ein, wo es demobilisiert und aufgelöst wurde. Aus den Resten der Einheit wurde ein Freiwilligenformation aufgestellt, das an dem Kämpfen gegen die polnischen Insurgenten im Baltikum teilnahm. Diese Truppe wurde später in das Reichswehrreiterregiment 10 der vorläufigen Reichswehr eingegliedert und im März 1920 nach Turgau verlegt. Die Tradition übernahm in der Reichswehr die 1. Eskadron des 10. Reiterregiments in Turgau. Uniform. Bis 1912 wurde auch im Felde ein weißer Kuller und weiße Stiefelhosen getragen. Offiziere waren mit Epauletten unter Offiziere und Mannschaften mit Schulterklappen ausgestattet. Dazu kamen schwarze Kürassierstiefel und der Kürassierhelm aus poliertem Metall mit Verzierungen aus Messing sowie ein weißes Bandelier mit schwarzer Kartusche. Die Abzeichenfarbe war zitronengelb. Bei Paraden wurde zusätzlich ein weißmetallener, zweiteiliger Kürass angelegt. Zum normalen Dienst trugen die Kürassiere einen dunkelblauer Waffenrock. Als Gesellschaftsuniform war dieser bei Offizieren mit Epauletten und Fransen ausgestattet. Dazu gehörte eine weiße Schirmmütze mit zitronengelbem Besatzstreifen. Tressen, Knöpfe und Kollaborte waren silberfarbig. Bereits mit AKO vom 14. Februar 1907 befohlen und ab 1919 schrittweise eingeführt, wurde anlässlich des Kaisermanövers 1913 die bunte Uniform erstmals durch die feldgraue Felddienstuniform ersetzt. Diese glich vollkommen der Friedensuniform. Das Lederzeug und die Stiefel waren naturbraun, der Helm wurde durch einen schilffarbig genannten Stoffüberzug bedeckt. Das Bandelier und die Kartusche wurden zu dieser Uniform nicht mehr angelegt. Kommandeure Major-Oberstleutnant Oberst Karl Heinrich von Larisch 21. Oktober 1869 bis 14. Juni 1875 Sonstiges Otto von Bismarck war ab 1868 Offizierer La Suite des Regiments und trug häufig dessen Uniform. 1894 ernannte ihn der Kaiser anlässlich seines Abschieds als Kanzler zu dessen Chef.